Moin Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Die Ballade auf Gaytoni ist heute mal wieder angesagt. Am Airport sind wir und wir müssen uns jetzt erstmal die kugelsichere Weste besorgen. So, Leute, jetzt steigen wir mal in das Auto ein und machen wir mit dem Premiere mal weg. So, Radio lassen wir mal aus, wir wollen ja jetzt keine Probleme mit dem Urheberrecht kleben bekommen. Und fahren mal auf den Motorradfahrer. Da hat sich schon eine kleine Horde von Menschenmenge versammelt. Die können wir jetzt einfach so überfahren. Mann, Leute. Hier links von mir habe ich mal einen Gronkh imitiert, das wisst ihr ja. Hey Leute, hier ist Gronkh von Minecraft. Und jetzt geht mal wieder los. So, der Motorradfahrer ist hier vorne. Hey, stopp. Da hat es mich doch echt noch umgedreht. You call me? Call me? No! Du killst mich jetzt nicht an, Digga. So, Leute. Es ist bestimmt jetzt schon vier Monate her, wo ich das letzte Mal Grand Theft Auto 4 geletsplayt habe. So, uh, tück. Special, natürlich wieder in verbesserter Videoqualität, die ich hier für euch bereitstelle. Ab meinem 200. Video, das habe ich aber schon mal erklärt. Mach ich jetzt halt einfach die Video... Ah, das ist ein blödes Bullos-Headset. Shit, crazy, Mann! Okay, das macht gar nichts. Jetzt machen wir uns mal die FNG rein. Das ist die Uzi in Gold. Von einem... Von einem... Aufsteigen. See you later! Gut, hier mal rein. So, YouTube Gamescom steigt mal ein und geht nach oben. Aber wir werden vorher noch die ganzen anderen zerstören. Das kennt ihr bestimmt auch. Weil, ne, den Glitch werde ich euch nicht zeigen. Den zeige ich euch im nächsten Video, den Grand Theft Auto Glitch. Ich würde das Video jetzt beenden, indem ich einfach einen Basejump mache. So. Parachute öffnet sich und jetzt können wir sicher auf dem Boden landen. Ich habe sogar den Blau drin. Und ich sage wieder mal, ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator, euer YouTube Gamescom. Bis dann, ciao!